Hallo, heute möchte ich mit euch einmal anschauen, was Endometriose genau ist. Häufig wird von verschleppten Gebärmutterschleimhautzellen gesprochen und es gibt eine hitzige Debatte darüber, dass es doch eigentlich Gebärmutterschleimhautähnliche Zellen seien, welche die Endometriose ausmachen. Nun, beides ist nicht ganz richtig. Um zu verstehen, was Endometriose ist, müssen wir einmal ins Mikroskop schauen. Wir müssen verstehen, wie die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut ist und wie die Endometrioseherde aufgebaut ist. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Hier seht ihr eine schematische Darstellung der Gebärmutter. Zu Innerst ist das sogenannte Endometrium, die Gebärmutterschleimhaut, welche die Gebärmutterhöhle auskleidet. Dann kommt die breite Muskelschicht, das sogenannte Myometrium und überzogen ist die Gebärmutter vom Perimetrium, dem Überzug aus Bauchfell. Das Endometrium wiederum unterteilt sich in das Stratum Funktionale, die Funktionsschicht, die sich im Zyklus immer wieder regeneriert, und dem Stratum Basale, die die Grundlage ist, aus der sich das Stratum Funktionale immer wieder regenerieren kann. Schauen wir uns an, was im Zyklus passiert mit der Gebärmutterschleimhaut, mit dem Endometrium. Während der Menstruation wird die Gebärmutterschleimhaut abgebaut und erreicht nach wenigen Tagen den niedrigsten Punkt, wo die Dicke am geringsten ist. Von diesem Moment an wird aus dem Stratum Basale, das Stratum Funktionale, wieder neu aufgebaut, unter der Wirkung des Östrogens. In der Mitte des Zyklus kommt es zum Eisprung und in diesen Tagen könnte es zur Befruchtung der Eizelle kommen. Die Eizelle wird dann innerhalb einer Woche über den Eileiter in die Gebärmutterhöhle transportiert. Dort, wo der Eisprung stattgefunden hat, entsteht nun der Gelbkörper im Eierstock, welcher Progesteron produziert. Das Progesteron steigt daher in der zweiten Zyklushälfte an, und führt dazu, dass die Gebärmutterschleimhaut eine sogenannte sekretorische Umwandlung durchläuft. Die Gebärmutterschleimhaut wird mit Drüsenstrukturen durchzogen und aus diesen Drüsen wird ein Sekret gebildet, welches viel Glykogen, eine Zuckerverbindung enthält, welche eine gute Nährlösung für die befruchtete Eizelle darstellt. Wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, wird sich der Gelbkörper gegen Ende des Zyklus zurückbilden und das Progesteron wird abfallen und zurückgehen. Dadurch wird das Signal gegeben, dass in diesem Zyklus die Schleimhaut nicht gebraucht wird für eine Schwangerschaft. Sie wird abgebaut, was dann wiederum zur Menstruationsblutung führt. Um zu verstehen, wie Endometriose genau aufgebaut ist, macht es Sinn, einen Blick durch das Mikroskop zu werfen. Von der Universität Basel gibt es das Angebot der virtuellen Mikroskopie, wo es auch einige Bilder der Gebärmutter drin hat. Ich danke Professor Spornitz für die Möglichkeit, hier seine Bilder zu zeigen und danke ihm für das Engagement, diese zur Verfügung zu stellen. Hier sehen wir einen Schnitt durch das Stratum Funktionale des Endometriums und wir sehen hier, dass ein sogenanntes Oberflächenepithel besteht. Ein Epithel ist eine Anreihung von Zellen, die dicht an dicht stehen und eine Oberfläche bilden. Epithelzellen können unter Umständen auch sekret bilden und Bestandteil einer Drüse sein. Unterhalb dieses Oberflächenepithels sind die sogenannten Stromazellen, quasi das Bindegewebe dieses Organes. Hier sehen wir nun das Stratum Funktionale, nachdem es die sogenannte sekretorische Umwandlung durchlaufen hat. Wir sehen hier nun, dass viele drüsenartige Strukturen gebildet wurden, die mit Epithel ausgekleidet sind. Dazwischen haben wir wieder die Stromazellen und das Endometrium grenzt an das sogenannte Myometrium, an die Muskelzellen. Hier sehen wir alle Zellen, die wichtig sind, um die Endometriose zu verstehen. Wir haben die glatten Muskelzellen, der Gebärmutterwand, und wir haben die Epithelzellen und die Stromazellen, welche das Endometrium bilden. Hier ist noch einmal ein Übersichtsschnitt, wo man sehr gut sieht, dass eine breite Schicht Myometrium besteht, die Gebärmuttermuskulatur, der schmale Überzug aus Bauchfell, das Perimetrium, und hier können wir jetzt auch vom Endometrium die Schichten erkennen. Die dichtere Schicht hier im unteren Bereich ist das Stratum Basale, die lockere Schicht darüber ist das Stratum Funktionale. Hier sehen wir noch einmal eine Detailaufnahme des Oberflächenepithels des Endometriums und wir sehen, dass diese Zellen sogenannte Zilien haben. Das sind kleine, bewegliche Arme, mit denen sie zum Beispiel Flüssigkeiten bewegen können. Hier seht ihr noch einmal einen Schnitt durch ein Endometrium. Es ist von Michael Bonert, einem Pathologen aus Kanada, der seine Bilder bei Wikipedia zur Verfügung stellt und auch eine eigene Website hat, wo er viele pathologische Schnittbilder zeigt. Hier sieht man noch einmal sehr gut das Oberflächenepithel mit den Zilien, die darunter liegenden Stromazellen und hier auch einige glatte Muskelzellen. Dieses Bild zeigt nun einen Endometrioseherd. Auf den ersten Blick könnte man das Bild mit einem normalen Endometrium verwechseln. Wir haben hier das Oberflächenepithel, wir haben darunter Stromazellen und wir haben auch einige glatte Muskelzellen. Hier hat es auch noch einige Einglutungen, die sichtbar sind. Wenn wir aber die Umgebung anschauen, dann sehen wir, dass hier andere Strukturen vorhanden sind. Was wir hier sehen, ist die Struktur eines Lymphvollikels aus einem Lymphknoten. Das ist das Bild eines sogenannten normalen Lymphknotens und wir sehen hier diese Lymphvollikel mit diesen vielen Lymphzellen, die hier drin sind. Und wir sehen hier keine auffälligen Strukturen, die diese Einheit durchbrechen würde. Das ist hier bei diesem Endometrioseherd anders. Wir haben hier diese Epithelzellen, die Stromazellen und die Zellen der glatten Muskulatur, die hier völlig deplatziert innerhalb eines Lymphknotens vorkommen. Was wir hier auch sehen können, ist, dass alle drei Arten von Zellen, Epithelien, Stromazellen und Muskelzellen vorkommen. Hier sehen wir noch einmal eine Detailaufnahme aus diesem Endometrioseherd, aus diesem Lymphknoten, wo man die Oberflächenepithelien, die Stromazellen und hier vor allem viele glatte Muskelzellen sehen kann, die hier an das normale Lymphknotengewebe angrenzen. Ein weiteres Beispiel eines Endometrioseherdes und zwar in der Darmwand. Wir sehen hier oben ebenfalls Epithel und Stromazellen, aber dieses Epithel und diese Stromazellen gehören zur Darmschleimhaut, die eben von der Struktur her ähnlich aufgebaut ist. Dann kommt hier die Wandschicht des Darmes und mitten in der Wandschicht auch quasi deplatziert hier wieder Epithelien, Stromazellen, glatte Muskulaturzellen, was hier dem Endometrioseherd entspricht. Ein weiteres Beispiel eines Endometrioseherdes aus dem Eierstock, aus dem Ovar. Wir sehen hier die Strukturen des Oberflächenepithels, die Stromazellen und hier ganz viele glatte Muskelzellen, also auch wieder alle Anteile, die auch in der Gebärmutter vorkommen. Ein paar Worte möchte ich noch sagen zum Thema Adenomiose. Adenomiose ist eigentlich nichts anderes als Endometriose, wenn sie in der Gebärmuttermuskulatur, also im Myometrium, vorkommt. Wenn wir Adenomiose unter dem Mikroskop anschauen, dann sehen wir dort die gleichen Strukturen, die wir auch sonst in Endometrioseherden finden. Die Definition sagt, dass der Abstand von der quasi regulären Gebärmutterschleimhaut mindestens 2,5 mm betragen muss. Bei Adenomioseherden sehen wir die gleichen Strukturen, die ähnlich aussehen wie die Gebärmutterschleimhaut, aber eben nicht ganz so strukturiert sind, wie sie sein sollten und eben auch hier versprengt in der Gebärmuttermuskulatur am falschen Ort vorkommen. Adenomiose und Endometriose sind also auch unter dem Mikroskop gesehen das Gleiche. Die Bezeichnungen unterscheiden aber, wo sie vorkommen. Wenn wir anhand von dem, was wir uns angeschaut haben, nun eine Definition der Endometriose erstellen möchten, dann würde ich sagen, Endometriose und Adenomiose sind Erkrankungen, die durch Zellen der inneren Gebärmutterschichten am falschen Ort verursacht werden. Dabei können sowohl nur eine Art von Zellen, nämlich zum Beispiel Epithelzellen oder Stromazellen vorkommen, Es können aber auch zwei oder alle drei Arten von Zellen, die auch in der inneren Schicht der Gebärmutter vorkommen, in den Endometriose- oder Adenomioseherden vorkommen. Eine umfassende Definition der Endometriose müsste dann eigentlich auch umfassen, was für Symptome und Probleme durch die Endometriose verursacht werden, aber dies wäre wohl noch viel schwieriger in eine Definition zu fassen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen ein besseres Verständnis davon vermitteln, was Endometriose ist. Ich freue mich über euren Kommentar und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat.